Klasse Reingabe! Brip ist da, 1 zu 1, Hannover 96! Und der Ball ist drin! Wie kann das passieren? Albornoz, meine Güte! Andreasen, 1 zu 0! Hannover macht es besser! Joselou, Artur Zobiec! Jimmy Brion zum 1., Joselou zum 2., so schnell kann es gehen! Kiyotake und gibt's das! Da haben sie ihr erstes Auswärtsdor aus dem Nichts! Marcello, Maglum, Eigentor! 1 zu 0, Hannover, so kurz vor dem Ende! 1. Bundesliga-Tor für Jimmy Brion! Bayern... Kiotake 0-2! Und spätestens jetzt Match-Rainer!